Medien bejubeln Sexualverbrecher als Experten Am 31. Januar 2018 wurde der 70. Jahrestag des Kinsey Reports gefeiert. Das wissenschaftliche Vermächtnis des Alfred Kinsey, Vater der sexuellen Revolution, wurde hochgejubelt. Da nahezu alle neueren Sexualerzählungsprogramme auf ihn zurückgreifen. Was die Medien jedoch verschweigen, sind die Rechercheergebnisse von Dr. Judith Reisman, einer amerikanischen Medienexpertin, die 1981 das Buch Kinsey, Sex und Betrug veröffentlichte. Ihre Rechercheergebnisse wiesen auf einen Statistikbetrug Kinseys hin und enthüllen, dass Kinseys wissenschaftliche Daten zu großen Teilen von Prostituierten, Homosexuellen, Gefängnisinsassen und Menschen der Unterwelt stammen, wie Kinsey sie nannte. Zu ihnen zählt unter anderem der pädokriminelle, serienvergewaltiger Rex King, auch Mr. Green genannt, der für den Missbrauch von ca. 800 Kindern verantwortlich gemacht wird. Er hielt die Qualen der Missbrauchsopfer, unter denen teilweise auch Säuglinge waren, in detaillierten Aufzeichnungen fest und reichte sie an Kinsey weiter. Anstatt Kinsey und sein Vermächtnis zu feiern, ist eine dringende Abkehr von seiner menschenverachtenden Forschung und deren Einflüssen an unseren Schulen absolute Pflicht. In einer Welt, in der Täuschung und List realitätsgerecht sind, hat es der Wahnsinn nicht schwer, sich mit geistiger Gesundheit zu maskieren. Also, Frau Dr. Judith N. Reisman, so spricht man es nämlich richtig aus, geboren am 11. April 1935 in New Jersey, ist eine US-amerikanische jüdische Kommunikationswissenschaftlerin und Hochschullehrerin. Dr. Reisman erwarb 1976 an der Case Western Reserve University einen Magistergrad in Kommunikationswissenschaften und wurde in dieser Fachrichtung 1980 dort promoviert. Nach einer Assistenzprofessur an der University of Haifa in Israel von 1981 bis 1983 hatte sie ab 1983 eine Forschungsprofessur an der American University in Neh. 1985 verließ sie diese Hochschule. 1990 hatte sie vorübergehend eine Privatdozentur an der George Mason University. Seit 2011 ist sie Gastprofessorin an der School of Law der christlichen Privathochschule Liberty University. Frau Dr. Reisman ist insbesondere durch ihre scharfe Kritik an Personen und an Werken des Sexualforschers, in Anführungszeichen, Alfred Charles Kinsey bekannt geworden. Und um den wird es sich gleich noch tiefergehend drehen. Er ist eine der Schlüsselfiguren, warum eben diese Schweinereien, ich kann es gar nicht anders sagen, wirklich heutzutage möglich sind. Jetzt wäre meine Frage an die Technik. Steht die Verbindung und die Frage an Frau Dr. Reisman, ob sie uns gut hören kann? Jawohl, wir sind bereit. Technik läuft. Können Sie uns hören? Yes, 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 I can hear you fine. Technology, yeah, sehr gute Technik. Die Technik läuft heute wunderbar. Ja, sehr schön, schön, dass Sie da sind. Liebe Frau Dr. Reisman, hello to America. Hä? Well, hello, I'm sorry I don't hear German. Ich kann leider kein Deutsch, aber ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein. Ja, wir uns auch. Liebe Frau Dr. Reisman, wenn man Ihren beachtlichen Lebenslauf betrachtet, da hat man nicht gerade den Eindruck, als seien Sie irgendjemand, der einfach Gerüchte in die Welt setzt und schlecht fundierte Behauptungen aufstellt. Was genau hat Sie dazu bewegt, die Arbeiten von Alfred C. Kinsey so gründlich zu hinterfragen und seine Werke öffentlich so stark zu kritisieren? Nun, das ist eine lange Geschichte, die Sie in meinen Büchern nachlesen können, Sexualsabotage und Kinsey Sex and Fraud. Ich versuche eine kurze Antwort zu geben, diese muss persönlich sein. Ich arbeitete für das Fernsehen, für Captain Kangaroo, eine sehr beliebte Serie in unserem Land und wurde damit konfrontiert, dass meine Tochter, eine 10-Jährige, vergewaltigt worden war von einem Jungen, von nebenan, einem 13-Jährigen. Und das war 1965. Das war wirklich unfassbar. Er kannte uns, er kannte die Familie und ich versuchte zu verstehen, was den Jungen dazu bewegt hatte, sexuelle Übergriffe bei Kindern überall in der Nachbarschaft zu verüben, wie sich gezeigt hatte. Er wurde von der Kinderschutzagentur geschützt, die beauftragt worden war, den Jungen in Therapie zu nehmen. Das machte mich sehr neugierig auf alles über Kinsey und alles über die Gesetzeslage. Und ich begann, mich auf den Weg zu machen, um zu verstehen, warum und was passiert war. Und er wurde übrigens von seinen Eltern nach England geschickt, wo er herkam, so hatte ich nicht die Gelegenheit zu tun, was ich wahrscheinlich tun wollte. Und stattdessen ging ich auf diese Entdeckungsreise und lernte, was ich nur konnte über Kinsey. Die Fakten waren da in seinen eigenen Büchern. Alles leicht zu finden für jeden, der wirklich hinschauen wollte. So fing ich an. Ja, ein ganz herzliches Beileid auch zu dem, was Sie erleben mussten. Das ist sicherlich sehr grausam. Ich habe auch Kinder, ich kann mir das nicht vorstellen, aber es muss grausam sein. Ja, die zahlreichen nachgewiesenen Misshandlungen, eben kleiner Kinder durch Kinseys Team, von sexuellen Experimenten an Kindern bis hin zur Erzwingung von Orgasmen bei Säuglingen, die sind ein echter grausamer Skandal. Warum ist Kinsey und seine Rolle als Vater der heutigen Sexualwissenschaften dennoch so wichtig für viele Diskussionen über Sexualerziehung an den Schulen? Ja gut, zunächst einmal diese sogenannten Orgasmen. Orgasmen eines zwei Monate alten Babys, eines vierjährigen Kindes. 26 Orgasmen in Anführungszeichen in 24 Stunden. Diese Art der Darstellung kommt von einem Sadomasochisten. Kinsey selbst war ein Homosexueller, Bisexueller in Kombination. Sadomasochist, ein Pornografiesüchtiger, ein Psychopath. Er dokumentierte, dass diese Schreie, diese Zusammenbrüche, diese Ohnmachtsanfälle, all dies, dass dies Orgasmen seien. Als ich dies las in seinem eigenen Buch, sagte ich mir, dass nur ein sadomasochistischer Perverser so etwas sagen würde. Menschliche sexuelle Erfahrungen in dieser Weise sehen würde. Kinsey wird zum Fundament jeder Sexualerziehung, nicht nur in den Vereinigten Staaten. Es begann dort, sondern weltweit. Gerade beschäftigt sich die UN mit dem Kinsey-Institut, das jetzt von der Regierung und anderen öffentlichen Stellen gefördert wird. Gerade jetzt läuft unsere Kampagne gegen das Kinsey-Institut der UN. Das Kinsey-Institut ist bei der UN anerkannt. Obwohl jede Sexuallerziehung weltweit auf dem Versuch basiert, die Kinder zu besitzen. Der zentrale Punkt der Sexuallerziehung ist Kinseys Ausspruch. Kinder sind sexuelle Wesen. Das ist die Essenz der Sexuallerziehung global, überall in der Welt. Ich fand falsche Daten, kriminelle Daten, die dann in die Sexualkunde übernommen worden waren, durch das Kinsey-Institut und andere Institute für Sexualität. Weiter an die Schulen, weiter in die Gesetzgebung und so weiter. Es wurden unsere Gesetze völlig verändert. In Amerika und weltweit. Dieser Mann hat enorme Auswirkungen gehabt. Mehr als jeder andere Mensch. Oh Mann. Ja, das ist heftig. Aber jetzt gerade angesichts dieser Hintergründe, die ja irgendwo nachgewiesen sind, die bewiesen sind, die sie auch belegt sind, da fragt man sich doch, oder jeder mit einem normalen Menschenverstand, fragt sich doch sicherlich, warum stützt sich dann die gesamte Wissenschaft auf diesen Mann, der doch scheinbar oder offenbar so krank ist. Stecken die jetzt alle unter einer Decke? Oder gibt da einer den Ton vor? Wie läuft das da? Das verstehe ich nicht. Well, Kinsey ist gewiss der dominierende Gründer von all diesen. Es ist wie Eugenik. Unsere Wissenschaftler haben alle mitgemacht bei Eugenik. Sie haben Menschen zu Tausenden sterilisiert. Es gab Kinder in Einrichtungen, die sterilisiert wurden. Schwachsinnige zum Beispiel. Wissen Sie, Wissenschaftler sind nicht anders als jeder andere. Sie wollen, dass man sie mag. Sie wollen publizieren. Und sie kommen schnell an Bord. Wenn ein Paradigma, eine wissenschaftliche Idee, propagandiert wird. Und sie wurde propagandiert. Durch die Rockefeller Stiftung, die größere Geldsumme an einzelne Menschen gab. Eine sehr bedeutende Stiftung. Und Kinsey wurde so gefördert. Die Fähigkeit dieses Einzelnen, sich gegen die allgemeine Meinung durchzusetzen, war nicht so ausschlaggebend. Die Massenmedien unterstützten Kinsey ganz fantastisch. 70% der Zeitungen brachten ihn in den Schlagzeilen. Auf Seite 1 oder 2. Es war eine mächtige Sensation. Die Botschaft, das ist moderne Wissenschaft. Die Menschen möchten modern sein. Und vor allem die Wissenschaftler möchten modern sein. So war er das Fundament. Und dann hat sich alles daraus entwickelt, was wir heute sehen, wenn wir Kinderhandel sehen. Nehmen wir Kinsey's Handschrift wahr. Boah, Wahnsinn. Na ja, gut mit der Wissenschaft. Das kann ich vielleicht ein Stück weit verstehen, wenn denen das so eingegeben oder vorgegeben wird. Mit den Medien ist es eine andere Sache. Denn wir haben noch die Pressefreiheit. Wir haben noch neutrale Medien, sollte man meinen, die darüber irgendwo neutral berichten. Und ja, meine Frage ist jetzt einfach, wie würden Sie persönlich das Verhalten der Medien jetzt in diesem Bezug eben beurteilen? War das, ja, wie sehen Sie das? Well, the mass media is in the service of its owners. Nun, die Massenmedien dienen ihren Eigentümern. Das ist ein weltweites Problem. Schon seit langem. Sie drucken nicht, was die Eigentümer nicht gedruckt sehen wollen. Sie sehen das gerade in England mit der BBC. Dort fangen sie jetzt endlich an, mit dem massiven Kindesmissbrauch durch Parlamentsabgeordnete und andere Personen in hochrangige Positionen aufzudecken. Das trifft überall zu, denke ich, dass es in England zutrifft. Aber wir erhalten keine Nachrichten über die Misshandlung von Kindern durch Menschen in hohen Positionen. Anscheinend gibt es wirklich den Versuch, die Leute zu verhaften, die Kinder missbrauchen. Aber sie verhaften die kleinen Leute. Also ein paar der Schuldigen, ein guter Anfang. Aber es ist gewiss nicht angemessen. Einer der Hauptmissetäter des Kindesmissbrauchs, Kinsey, Kinsey war Hugh Chefner, der Gründer von Playboy. Er sagte, er las Kinsey als junger Student und war zu diesem Zeitpunkt noch nicht sexuell aktiv gewesen. Wie die meisten jungen Männer damals. Er las Kinsey und sagte, er werde sein Sprachrohr sein. Wenn das die Wissenschaft ist, werde ich sie popularisieren. Und so popularisierte er Kinseys Vorstellungen. Die Kommerzialisierung der Frau, die Zerstörung der Familie. Die Kinsey auch anstrebte. Sein Kindesmissbrauch. Das ist Kinsey. Das hat er veröffentlicht. Kinderpornografie. Ich wurde in den Niederlanden angeklagt von Playboy, weil ich sie der Verbreitung von Kinderpornografie bezichtigt hatte. Nun, wir haben gewonnen. Und wie mir scheint, wenn man in den Niederlanden gewinnt, kann man überall gewinnen. So haben wir die Massenmedien ihren Eigentümern gewinnt. Und nicht den Bürgern. Absolut nicht den Bürgern. Das ist so seit über 100 Jahren. Ich weiß gar nicht, ob Sie eben schon zugeschaltet waren. Es geht darum, einfach jetzt hier in Deutschland zum Beispiel, aber es ist ja auch ein weltweites Problem, hat es jetzt Fälle gegeben, wo eben Eltern inhaftiert wurden, die ihre Kinder vor diesem Unterricht beschützen wollten. Und das war jetzt nicht nur ein Fall. Es gibt mehrere Fälle hier in Deutschland. Aber auch in den umliegenden EU-Ländern hören wir zunehmend diese Sorge eben von Eltern aufgrund dieser Sexualisierung ihrer Kinder, weil die wirklich dadurch verdorben werden. Und ja, meine Frage ist jetzt an Sie. Was glauben Sie persönlich, steckt hinter diesem krampfhaften Zwang, die Kinder ja nur so ausführlich, wie es nur irgendwie geht, mit der sexuellen Vielfalt zu konfrontieren? Sie sind doch noch klein. Ja, nun, es ist keine sexuelle Vielfalt, sondern vielmehr sexuelle Verdorbenheit. Und umfassend ist es auch. Denn wenn es umfassend wäre, dann würden Sie die Wahrheit sagen über die Folgen sexueller Aktivität. Es ist klar, absolut klar, dass die Botschaft das Ziel der Zerstörung der Elternschaft ist. Der Versuch des Staates, die Gedanken und das Verhalten der Kinder zu steuern, schon im frühesten Alter. Wir wissen aus Erfahrung, gewiss Deutschland aus der Vergangenheit und auch wir wissen es, dass die Regierung, der Staat, die Kontrolle über die Kinder übernimmt, über ihre Gedanken, ihr Verhalten, dass dies nur zum Chaos, zur Zerstörung führen kann. Ich glaube, es ist klar, dass dies das Ziel der Anstrengungen ist, durch Pornografie und Sexualerziehung, auch die Pornografie ist. Das ist Porno in der Schule. Pornografie ist unter der Kontrolle der Schule, mit Zustimmung der Schule. Das ist sehr wichtig. Die Kinder lernen, dass die Pornografie, die sie sehen und nicht sehen sollen, ganz in Ordnung geht. Das sagt man ihnen, dass das okay ist. Das öffnet die Tür, dass Kinder für Pornografie posieren, die Tür für die Pornoindustrie, die Tür zum Kinderhandel. die Tür zu vielen Dingen und sehr wichtig, es öffnet die Tür zum Pharmaziegeschäft. Dort werden Vermögen verdient an geschädigten Kindern und geschädigten Eltern. Denn auch die Eltern werden geschädigt. Hier werden Vermögen verdient, nicht nur mit Viagra und die Entwicklung für Viagra für Frauen, die Impfungen, die Kinder haben müssen, damit sie angeblich keine Geschlechtskrankheiten bekommen. Aber sie werden sie bekommen. Denn wenn sie gelehrt werden, es ist okay, sexual aktiv zu sein, das bringt massiv Geld, riesige Summen, Milliarden für die Pharmaindustrie, für die Pornoindustrie und für die Gesetzgeber, die Einnahmen durch die Pharma- und Pornoindustrie erhalten, stillschweigend. Und da gibt es keine Frage, dass die Bestrebung dahin geht, die Eltern loszuwerden und die Grundlagen ihres Widerspruchs, das heißt das Christentum und auch den Islam, wo widersprochen wird, und völlige Gewalt zu haben über die Kinder und ihre Zukunft. I'm sorry. Ja, das ist heftig, das ist echt heftig. Und es ist aber auch so, jetzt um mal einen Gegenpol zu setzen, es gibt aber auch Erfolge im Bereich dieser Arbeit. Sie haben ja wirklich jetzt schon seit sehr vielen Jahren gekämpft und eben Aufklärung geleistet. Jetzt wäre meine Frage, Sie haben auch in Kroatien, habe ich gehört, waren Sie auch sehr aktiv, Sie haben den Menschen dort geholfen, es gab da wirklich auch einiges an Widerstand, es gab Proteste. Meine Frage ist jetzt mal an uns hier in dieser Runde, was würden Sie eben hier Eltern empfehlen, die hier in diesem Raum drin sitzen, die jetzt selber mit dem Thema konfrontiert sind, eben wie ich zum Beispiel, ich habe jetzt auch eine kleine Tochter, die in der Grundschule ist, was würden Sie Großeltern empfehlen, die jetzt mit ansehen müssen, wie die guten und naturgegebenen Werte mit Füßen getreten werden und man die kommenden Generationen zu einem Volk von Perversen erziehen will? Das ist ja offensichtlich. Was würden Sie uns raten? Oh ja, das ist wohl die schwierigste Frage. Ursprünglich, als ich meine Forschung für das US-Justizministerium durchführte über Playboy, Penthouse und Hustler und herausfand, dass die Kinderpornografie voran, dass sie die Kinderpornografie vorantrieben, ich dachte, na gut, wir geben es an die Medien und dann wird es sich alles von selbst erledigen. Doch die Medien reagierten ziemlich verrückt. Sie mochten die Ergebnisse nicht, ihre Chefs mochten sie nicht. Es war ein schwieriger Weg. Das kroatische Volk fing an zu begreifen, was Kinsey angerichtet hatte und übrigens auch Playboy, Hugh Hefner und was das auslöste. Und das Verfassungsgericht, das oberste Gericht, entschied, dass die schon beschlossene Sexualerziehung während wegen des Protestes der Bevölkerung zurückgenommen wurde. Hm, super. Das Gleiche geschah in Frankreich. Der Erziehungsminister strich die Sexualerziehung, weil die Eltern sich dagegen wandten. So vehement, geführt von einer energischen Frau. So wurde dies auch annulliert. den deutschen Bürgern und den Schweizern und so weiter, den Menschen aus aller Welt möchte ich sagen, dass der Protest der Eltern außerordentlich wichtig ist und die Kinder aus der Schule zu nehmen, wie die Franzosen es taten, ist außerordentlich wichtig. Aber in Deutschland können sie dafür verhaftet werden und ins Gefängnis kommen und bekommen die Kinder weggenommen. Auch bei uns geschehen solche Dinge, aber es ist so, dass die Leute organisieren müssen in ausreichend großer Zahl, damit sie eine Kraft bilden, mit der man rechnen muss. Wir haben die Kampagne StopTheKindSay.org, die sie im Internet besuchen können und die Petitionen dort unterschreiben können. In Kroatien gibt es eine Organisation, Judith Reisman, Nummer 1 oder so ähnlich. Sie schicken ihr Material auch an die UN, um zu protestieren, weil die UN das Kindseinstitut für die weltweite Einrichtung der Sexualerziehung benutzt. Das bedeutet, dass die Kinder zur Sexualkunde erscheinen müssen und dass es legal sein wird, wenn sie Pornografie, Pornografieveröffentlichungen zu sehen sind oder sich prostituieren. Es wird versucht, das Zustimmungsalter herabzusetzen, um alles zu öffnen, wie es in Deutschland versucht wurde vor Jahren. Erinnern Sie sich mit den Linksradikalen, die sich für Sex mit Kindern einsetzten. Der einzige Weg ist, massiv zu mobilisieren. Jeder, überall. Die Mächtigen aus ihrer Machtposition zu entfernen. Es braucht einen breit organisierten Einsatz. Und ich werde ihnen helfen, wenn sie möchten, dass ich komme. Es wird meine Freude sein, sie zu unterstützen, wo immer ich kann. Das ist der einzige Weg, wie wir die Kinder schützen können. Das ist unser Krieg. Es wird über den Dritten Weltkrieg gesprochen. Wir sind im Dritten Weltkrieg. Der Dritte Weltkrieg ist der von jedem Land unterstützte Versuch, die Kinder von den Eltern zu trennen. Wir sind mittendrin und müssen diesem Krieg gegenübertreten. Und das bedeutet totale Mobilisierung. Herzlichen Dank erst mal für Ihr Angebot, uns zu helfen, herzukommen. Das ist ja wirklich eine sehr große Freude. Liebe Frau Dr. Reisman, es ist auch so, dass eben von meinem Freund Eugen jetzt die Tochter in der Grundschule selbstständig aufgestanden und rausgegangen ist. Sie ist ein kleines Kind, sie ist selbstständig aufgestanden, ihr ging es schlecht, sie ist rausgegangen und von anderen Fällen haben wir es auch gehört. Und meine Frage ist jetzt, ist es nicht sinnvoll, dass wir jetzt die Kinder irgendwo dahingehend, ich sage mal, motivieren oder ihnen wirklich in sie hineinlegen, dass sie auf dieses Gefühl hören dürfen, wenn es ihnen schlecht geht, wenn da wirklich irgendwie was Schweinisches kommt, dass sie eben aufstehen und rausgehen dürfen, dass wir, wenn die Eltern schon nicht informiert werden, dass so etwas in der Schule stattfindet, das wird ja mittlerweile, zumindest auch hier in Deutschland, an den Eltern vorbeigemacht, dass man dann die Kinder erzieht und sagt, pass auf, du darfst da rausgehen und sie dahin motiviert, dass sie auch selbstständig vor Ort, wenn die Eltern eben nicht da sein können, das ist ja meine große Sorge, dass ich nicht da bin in dem Moment, wenn das da gemacht wird, dass wir die Kinder dahingehend motivieren, halten Sie das für sinnvoll? Ja, gewiss, es ist wichtig, dass Kinder dies tun, aber wir können nicht erwarten, dass die Kleinkinder den Krieg führen, es ist nicht fair. Wir Erwachsenen müssen für sie kämpfen. Kinder höherer Klassen, ganz sicher. Ich selbst war eine engagierte, aggressive Schülerin und bestand auf meine Rechte. So sollten die Jugendlichen sein. Es ist wichtig, dass die Eltern ihre Kinder fragen, was in der Schule vor sich geht, direkte Fragen stellen, was drankommt, ob sie etwas über Sex lernen. Denn ihnen wird gesagt, nicht darüber zu reden und die meisten Kinder möchten nicht darüber reden. Also müssen sie die Eltern ermutigen, mit ihren Kindern dies anzusprechen, was in der Schule passiert. In der Schweiz, wie ich verstehe, haben die Eltern Erfolge errungen gegen die staatlich verordnete Sexerziehung. Aber alle die Lehrer wurden so ausgebildet. Ja, es gibt einiges, was die Kinder tun können in den oberen Klassen. Okay, ja, das macht Sinn, das macht Sinn. Wir kommen jetzt auch schon zum Ende und ja, abschließend erlauben mir einfach noch eine Frage, man hat einfach von den anderen Referenten eben gehört, es war so auch so ein Tenor, es gab immer irgendwo eine Lösung, man hat gespürt, so den Glauben eben, jetzt eben zusammenzuhalten und den Glauben, dass wir eine Chance haben, dass wir das Ruder noch rumreißen können. Und mich würde jetzt interessieren, glauben Sie, dass wir eine Chance haben, gegen diese perverse Entwicklung irgendwas zu tun, obwohl uns so Großes entgegensteht offensichtlich. Nun, ich glaube, wir haben keine Alternative. Es ist unsere Verantwortung, es ist unser Job. Es stehen Leben auf dem Spiel, das Leben unserer Kinder steht auf dem Spiel. Das Leben anderer Kinder. Kinderhandel ist ein Riesenproblem. Es wird kein Problem mehr sein, wenn sie gehandelt werden dürfen. Daher glaube ich, haben wir keine Alternative als diese schreckliche Sache zu bekämpfen. Und wenn wir es angehen und uns organisieren und kämpfen, dann glaube ich, dass Gott auf unserer Seite ist. Er will nur sehen, was wir dagegen tun. Das glaube ich auch. Herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche und ermutigende Interview. Und ja, ich denke, wir alle wünschen Ihnen einfach alles Gute, ganz viel Kraft bei allem weiterhin einfach auch viel Gesundheit gerade bei dem, jetzt einfach war. Und einfach machen Sie weiter, bleiben Sie dran, Sie sind noch jung. Well, thank you very much. Thank you very much. Ich schätze es sehr, vielerreich zu sein. Es freut mich überhaupt. Danke. Danke, danke from the United States. Danke. It's good to be with you. Bye-bye. Applaus It's good to be It's good to be It's good to be good to be it's true to be soul Untertitelung des ZDF, 2020